Hallo lieber Läufer, ich zeige dir hier den Brux Glycerin in seiner 11. Version. In dem hier gezeigten Farbdesign bekommst du ihn exklusiv nur bei Runners Point. Fans dieses Modells werden sich auf die Neuerungen des Updates freuen. Eine Neuerung im Obermaterial ist die 3D Fitprint Technologie. Sie sorgt für eine individuelle Passform im Schuh und dafür, dass der Fuß handschuhähnlich umschlossen wird. Das adaptive Dämpfungssystem DNA passt sich deinem Gewicht und deiner Geschwindigkeit an. Durch mehr Druck auf das Zwischensohlenmaterial verfestigt es sich und bietet dir so die optimale Balance zwischen Dynamik und Komfort. Bio-Mogo in der Zwischensohle ist haltbarer als EVA und eine der ersten biologisch abbaubaren Mittelsohlen in einem Laufschuh. Die Flexkerbenkonstruktion im Vorfuß lässt den Glycerin noch leichter abrollen. Eingeleitet wird dieser Vorgang durch das durchgehende Caterpillar Crashpad. In Kooperation mit dem Laufschuhhersteller Brux gibt es bei uns ein großartiges Gewinnspiel, bei dem du tolle Preise absahnen kannst. Teilnehmen kannst du bis zum 31.10.2013 in deiner Runners Point Filiale oder online. Der Brux Glycerin 11 ist ein echter Allrounder mit großem Einsatzbereich. Du kannst ihn bei deinen lockeren Läufen genauso wie bei deinen schnelleren Tempoeinheiten nutzen. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder bestelle ihn online unter www.runnerspoint.com.